ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video aus der eifel heute geht es um die salmler zucht und zwar um diese salmler die man hier sieht die ich schon mehrfach nachgezogen habe auch dieser schwarm hier ist komplett eigene nachzucht und zwar die wunderschönen rotkopf salmler ja hier sieht man ein schwarm im großen becken und ja angefangen hat es hiermit das ist schon eine ältere aufnahme da stand dieses zuchtbecken noch im flur unter der treppe was macht aber nichts später ist es einmal andersrum aber das ist ja nicht das problem hier sieht man ich habe da selber was eingeklebt und so ein bisschen gebastelt das habe ich nicht selber erfunden ich habe im internet so ein becken gesehen das konnte man kaufen nach einem ähnlichen prinzip und habe ich gedacht kaufen kann jeder nachbasteln ist eigentlich cooler und das habe ich auch gemacht hauptbestandteil ist dieses gitter dieser leicht rost das ist wichtig ja und dann hier meine kurze grafische darstellung halt von der seite guckt man drauf die stege oben habe ich raus getrennt und dann anderweitig verwendet und zwar hier einmal hier unten eingeklebt an den scheiben vorne und hinten gehen einfach durch also das sind nur die stege und hier habe ich auch stege eingeklebt die hatte ich noch von einem anderen becken über das heißt da kann das wasser noch durchfließen hier ist jetzt eine scheibe drauf geklebt eine kleine die ist wirklich durchgängig also da geht das wasser nicht durch das soll ja auch im kreis laufen hier ist auch noch eine durchgehende scheibe die geht von diesem steg bis oben hat nur hier das loch da kommt später die pumpe hin ja und dann hier mal grafisch dargestellt die filter matte habe ich noch zwei filter matten stückchen dazwischen geklemmt damit die matte links bündig an diesen stegen an liegt das ist dann ganz toll dargestellt die pumpe ja und dann zum prinzip das wasser läuft hier runter durch diesen rost kann dann hier unter dieser scheibe durch nach oben wird dann durch die filter matte angesogen von der pumpe durch dieses loch zurück und schon haben wir einen kreislauf das heißt das becken ist auf jeden fall schon mal gefiltert sieht man auch hier nicht schön aber absolut zweckmäßig hier unten die stege dazwischen ist platz in der mitte quasi dieser kasten mit der filter matte und um dieses graue rohr das ist der auslass von der pumpe links habe ich noch einen luft heber eingesetzt hier der blubbert da vor sich hin hier sieht man das wasser kann dadurch zwischen den stegen nach unten ja und wie gesagt das wichtigste eigentlich bei der salmler zucht ist dieses gitter das liegt einfach daran wie salmler eier legen und sich vermehren und die muss man im grunde vor sich selber schützen ja so sieht das aus wenn es eingebaut ist das heißt man hat oben rechts ein abteil in dem die eltern tiere bleiben und der rest läuft im kreislauf hier geht es jetzt zum thema wasser kurz ja die wasserwerte rotkopf salmler kommen aus südamerikanischen flüssen flüssen wo es ja sehr weiches wasser gibt saures wasser gibt hier für die zucht habe ich entsprechend das auch versucht nachzumachen das heißt ich habe hier eine kh von 0 bis 1 also kaum ein tröpfchen test nachweisbar und die leitfähigkeit war deutlich unter 200 habt im hintergrund gesehen huminstoffe gebe ich immer dazu der ph wert geht bei so niedrigen werten von alleine runter also immer so richtung 6 teilweise auch drunter ich habe den nicht durchgehend gemessen ja und was noch vielleicht wichtig ist weiß ich nicht so etwa 28 grad manchmal tipp mehr 29 grad bei den rotkopf salmler soviel zum wasser hier geht es dann wieder an die vorbereitung das ist wie gesagt nicht die vorbereitung zu dem was ich hier im rest des videos zeige aber grundsätzlich in dieses abteil kommt ja irgendwas worin die salmler oder die tiere die man da züchten möchte ableichen wollen das kann eben hier dieses java muss sein das kann auch jeglich andere pflanze sein die da ordentlich wuchert und das zu macht wo die tiere sich wohlfühlen und ableichen wollen also hornkraut habe ich im späteren teil des videos drin hier habe ich noch ein bisschen schwimmpflanze drauf gemacht die ziehen noch ein bisschen die nährwerte raus das kann nie schaden wenn die schadstoffe ein bisschen rausgehen da muss man erstmal nicht so viel wasser wechseln gerade bei so kleinen fischen ist das auch nicht immer gut so nochmal zurück zur grafischen darstellung wie gesagt die eltern kommen jetzt oben rechts rein die können da auch nicht raus durch diesen laichrost und haben ein einigermaßen großes aber dennoch begrenztes abteil da werden die eier gelegt die fallen durch den rost durch die eltern bleiben da oben ja nach dem prinzip dieses beckens was ich danach gebastelt habe sollen jetzt die eier darüber gespült werden die kleinen schlüpfen und schwimmen links rum und alles ist gut das funktioniert nicht ganz so aber das prinzip mit den eiern und dem schutz vor den eltern ist auf jeden fall gegeben das sind auch alte aufnahmen von meinem ersten zucht versuch von den rotkopf salmland das war damals das ergebnis es waren über 30 tiere wenn ich das richtig im kopf habe ich könnte jetzt erzählen habe ich auch keine lust zu und das hatte eigentlich ganz lustig angefangen wir haben irgendwann mal im internet neons bestellt wenn man hier ganz genau hinguckt ich habe es damals nicht explizit gefilmt sind da auch zwei rotkopf salmler dabei die waren noch kleiner als die neons die hier auch schon nicht riesig waren und wir haben schon beim einsetzen gedacht okay die überleben das wahrscheinlich gar nicht da wir aber zu der zeit auch kein anderes becken oder irgendwas frei hatten haben wir die einfach mit reingesetzt mit den neons zusammen groß gefüttert gezogen und die haben sich beide super gemacht haben sich toll entwickelt ja und es war noch ein pärchen und damals habe ich die eben in dieses zuchtbecken gesetzt ja und daraus ist dann mein stamm an rotkopf salmler geworden so und dann hatte ich jetzt noch mal beschlossen für auch ein video das noch mal komplett nachzumachen wie beim letzten mal außer dass ich ein paar mehr tiere eingesetzt habe ich habe mir davon versprochen mehr tiere mehr eier theoretisch funktioniert das ja auch in diesem fall war ich da nicht so erfolgreich also die die größere gruppe hier die war in dem becken hat auch alles funktioniert und die haben sich auch so verhalten wie ich das bisher immer kenne und da sind das ja dauerlicher ja und dann habe ich die beobachtet immer mal natürlich unter das gitter geguckt gesucht gemacht und da waren auch immer wieder eier aber irgendwie lief das nicht so wie beim ersten mal da war das irgendwie so unten eier dann irgendwann ganz viele kleine die man auch gut sehen konnte die aber auch brav unter dem rost geblieben sind also sprich es bestand eigentlich nie die gefahr dass die frühzeitig gefressen werden da waren es allerdings auch nur zwei große ich weiß nicht ob das jetzt ein unterschied gemacht hat auf jeden fall sind die dann unten immer verschwunden ich dachte erst sie sind eingegangen oder was auch immer aber irgendwann habe ich sie hier im gestrüpp gesehen einzelne tiere dann habe ich gedacht okay aber warum auch immer bleiben die nicht unten sondern schwimmen oben habe natürlich sofort die die ausgewachsenen rotkopfseilme da rausgefangen und habe weiter beobachtet aber ich habe dann nichts mehr gesehen dummerweise ist das hornkraut auch gut gewachsen in der zwischenzeit was auch nicht leichter gemacht hat das hätte ich auch dann ausdünnen sollen habe ich aber irgendwie nicht sondern direkt den nächsten versuch gestartet diesmal mit etwas weniger tieren wieder ob das jetzt im nachhinein den unterschied gemacht hat oder ob ich einfach beim timing ab und zu mal falsch gelegen habe weiß ich nicht genau aber die habe ich hier eingesetzt hier sieht man eigentlich relativ gut den geschlechtsunterschiede die weibchen sind etwas größer also was bezüglich der länge aber auch voluminöser und dann sieht man hier husch rein geht's fünf tiere haben sich natürlich dann direkt im gestrüpp verkrümelt wie gesagt ich hätte das etwas ausdünnen sollen das stellt sich später noch als lästig raus aber erstmal waren die natürlich glücklich und zufrieden und dann habe ich hier am boden auch eier und dann später zuckende larven gesehen die habe ich nicht vernünftig filmen können deswegen einfach nur dieses foto aber ungefähr fünf tage nach dem schlupf habe ich dann den mini da hinten entdeckt ich kämpfe jetzt die ganze zeit mit der kamera und der taschenlampe dass man das irgendwie erkennen kann aber durch die taschenlampe wirft der kleine ja den schatten hinten an die an die schabe jetzt sieht man es nicht eben konnte man sehen gleich sieht man es wieder so dass da hinten ist der schatten und davor der kleine fisch man sieht das dunkle auge ja der kampf der kamera mit den lichtverhältnissen auf jeden fall habe ich den gesehen ich hatte mittlerweile auch die eltern wieder rausgeholt diesmal also deutlich früher um kein risiko einzugehen ja und dann habe ich weiter beobachtet immer wieder mal ein zwei drei kleine gesehen es war definitiv nicht so viele wie damals bei meinem ersten versuch woran auch immer das gelegen hat aber ich habe sie immer wieder gesehen unten der mulm sieht nicht schön aus aber da finden die was zu fressen das hat auch beim ersten durchgang gut funktioniert also ich habe in der größe auch nicht groß zu gefüttert sondern einfach mal abgewartet ja hier sind wir jetzt bei tag 13 hier sieht man noch ein nachteil dieser ganzen pflanzen die wasseroberflächen bewegung die wird dadurch stark begrenzt hat man hier die kamhaut drauf nicht ideal die habe ich mit der hand immer mal wieder weggewischt und man sieht auch die mini ist deutlich schlechter hier im bild hier ist jetzt einer so links mittig jetzt wackele ich auch noch also die schwammen immer wieder mal unter der wasseroberfläche keine ahnung was ich hier jetzt gefilmt habe hinten in der ecke waren die auch oft ja und so war das dann im grunde der tägliche anblick hier in dem gestrück suchen ob man was sieht ich habe immer mal zwei drei manchmal vier kleine gesehen keine riesen mengen aber ich wusste es sind welche da ich konnte halt leider überhaupt nicht sagen wie viele das sind das war halt wie gesagt der fehler mit dem hornkraut das hätte ich nachdem ich die erste gruppe ja vermeintlicher elterntiere rausgefangen habe hätte ich das noch mal ausdünnen sollen aber hier sieht man so einen kleinen hinten rechts in der ecke waren die oft zu sehen das spiegelt natürlich jetzt hier auch mit dem licht und das ist einfach die sind winzig klein das sind jetzt hier nicht die tollsten naturaufnahmen aber es geht ja darum dass man sieht wie es läuft wie ihr es nachmachen könnt ja das war jetzt tag 19 ich hatte ein paar tage vorher schon angefangen immer mal wieder auf verdacht hier so ein paar atemiannaubchen wirklich ganz frisch geschlüpft hier so zu verteilen ich habe einfach mal ein bisschen was reingekippt ich wusste ja wirklich nicht wie viele kleine da drin sind aber dadurch dass das becken habe ich glaube ich noch gar nichts zu gesagt aber das hat knapp um die 100 liter das ist irgendwie so ein standard becken 80 x 35 x 40 das heißt so netto wasservolumen denke ich sind wir schon bei 90 litern abzüglich des ganzen einbaus dafür ist auch kein bodengrund drin und da hat man ja relativ viel wasservolumen da kann man ein bisschen großzügiger sein beim füttern in so einem kleinen aufzuchtpöttchen mit wenigen litern da muss man viel vorsichtiger sein damit das wasser nicht kippt aber hier habe ich auf verdacht mal reingemacht es waren auch unten viele schnecken drin das heißt die abgestorbenen atemia sind auch gefressen worden aber wie man hier sieht die kleinen salmler haben die auch erischt man sieht die hier immer wieder mit ihren dicken bäuchen mal mehr mal weniger kurz nach dem füttern immer schön orangene bäuche da weiß man genau die atemia sind da gelandet wo sie landen sollten so und hier an tag 23 sieht man auch schon dass es wirklich kleine fischlein sind die augen kann man gut erkennen obwohl die oberfläche hier so ein bisschen flackert aber es lief so und hier sind wir jetzt an tag 25 ja die entwicklung ist jetzt nicht spektakulär aber die wachsen gut ich habe immer mal wieder welche gesehen ich konnte wie gesagt nicht erkennen wie viele sind war aber auch egal also das becken macht eigentlich nicht viel arbeit ich habe in der zeit auch nichts groß an wasserwechsel gemacht und einfach nur beobachtet immer wieder ein bisschen atemia nauplen reingeworfen und ja einfach abgewartet und die wurden wie man hier jetzt an tag 29 sieht also jetzt etwa ein monat alt schon richtig kleine fischlein die hier rumschwimmen und dann fing es auch an dass man wirklich mehrere gesehen hat die zusammen rumschwimmen hier kommt noch einer da unten an der scheibe hängt noch einer war natürlich nicht immer einfach weil ich mit dem handy über dem becken rum hantiert bin und das hat natürlich mit dem licht von oben schatten gemacht es war also nicht so einfach die zu filmen ohne sie zu verjagen aber hier sieht man ganz gut was es wird hier die drei stehen da einigermaßen entspannt zusammen ja und das waren so meine täglichen beobachtungen das macht einfach spaß wenn man sieht dass man da wieder ja kleinen tieren geholfen hat hier auf die welt zu kommen mir macht das einfach spaß diese minis zu sehen aufzuziehen und wie gesagt es war kein riesen aufwand blöd war nur ich wusste wirklich überhaupt nicht wie viele es sind deswegen habe ich hier irgendwann mal so ein bisschen im gestrüpp rumgezuppelt und geguckt was so abhaut es sind immer wieder welche weggedüst absolut nicht nachvollziehbar ob das jetzt 10 20 30 oder viel mehr sind da verschätzt man sich einfach aber es waren auf jeden fall so viele dass ich das ganze gelohnt hat ich habe das laufen lassen war zufrieden irgendwann als die dann eine gewisse größe hatten habe ich auch angefangen hier den das gestrüpp ein bisschen auszudünnen das hornkraut raus zu zuppeln vorsichtig die waren ja jetzt nicht mehr so klein dass man so versehentlich mit der pflanze raus schmeißt und da konnte man schon ein bisschen besser gucken ich habe immer noch nicht alles rausgeholt ich wollte das langsam machen und hier an tag 30 sieht man auch wieder ein zufriedenes kleines fischlein mit einem schönen orangenen dicken bäuchlein so wachsen die gut und gesund wenn die regelmäßig im futter stehen hier nochmal ein foto hier erkennt man jetzt echt gut was da schwimmt ja und dann sind wir auch schon bei tag 36 also nach dem schlupf etwa so ganz genau man mag tag mehr tag weniger sein weiß ich jetzt nicht und hier finde ich in dem licht kann man schon so ein bisschen erkennen dass die köpfe vorne leicht rötlich werden und im schwanz zumindest so ein minimaler schwarzer fleck ist also man kann vermuten dass so langsam färbung kommt die kleinen sind halt immer noch winzig wenn man so überlegt wie wie der durchmesser von dem hornkraut ist dann hat man ja so einen kleinen größen vergleich kann sich ungefähr vorstellen was da rum schwimmt ja zu der zeit war es eigentlich wirklich nicht spannend immer wieder mal geguckt ich habe gesehen die sehen gesund und munter aus ich habe dann teilweise mal minimal wasser aber wirklich nur ganz wenig wasser abgesogen und durch frisch wasser ersetzt auch um die so ein bisschen wieder an minimal ja härteres wasser kann man ja bei kh1 bis 2 nicht sagen aber trotzdem an das übliche wasser hier das leitungswasser zu gewöhnen aber wirklich ganz langsam also dabei hatte ich es nicht eilig denen ging es da gut und warum soll ich da groß wasser wechseln die wasserbelastung in dem becken dürfte nicht so groß sein die ganzen pflanzen ziehen auch sehr viel raus da habe ich mir also keinen kopf drum gemacht das ist bei so kleinen salmland ja anscheinend nicht so wichtig also bei diskus müsste man deutlich mehr machen aber hier die haben echt wenig arbeit gemacht hier sieht man habe ich mal versucht mit einer futtertablette hinten an der scheibe irgendwie interesse zu wecken mag sein dass die unten die brösel eingesammelt haben als die nach unten gefallen sind aber an der tablette war jetzt nicht gerade action das hatte ich mir für das video mal gehofft aber gut hat nicht geklappt ja tag 41 man sieht jetzt schon ordentliches wachstum in dem licht muss man jetzt nicht unbedingt rotkopf sammler erwarten aber die filmerei ist halt auch echt schwierig das licht reflektiert und wenn es dann noch runter dimmt dann kommt die kamera vom handy gar nicht mehr mit aber jetzt hier eindeutig zu erkennen was wir hier für kleine fische haben man sieht auch immer noch in der größe artemia nauplin gehen immer noch gut ist einfach ein super futter es verteilt sich die sterben ja nicht sofort ab das heißt die sind über ja bestimmt stunden als futterquelle im becken somit einfach super ich habe zwischendurch auch immer mal wieder fein geriebenes flocken futter gegeben auch um die nicht total zu verwöhnen beziehungsweise an den geschmack zu gewöhnen dass die später auch an trocken futter gehen das ist bei salmler an sich ja nie ein problem aber ich weiß halt nicht wenn die von klein auf nur lebende sachen gefressen haben ob die da nicht irgendwann bei flocken sagen oh nö das muss nicht sein das problem will ich gar nicht erst hervorrufen deswegen immer wieder mal flocken futter selbst wenn sie es nicht fressen sie werden ja auf jeden fall ja den weiß nicht den geschmack den geruch im becken haben dass sie sich daran gewöhnen und das hat bisher noch bei jedem nachzucht fisch den ich hier so hatte geklappt dass sie später gut an trocken futter gegangen sind also egal welche arten wenn man die von winzig klein dran gewöhnt dann fressen sie es auch später natürlich sind die je nachdem lieber an lebend futter oder frostfutter aber sie fressen auch das trocken futter und das finde ich einfach wichtig hier sieht man auch grüne flocken fallen da ins wasser verteilen sich in dem filter aus strom ja und ich denke einfach natürlich ist frostfutter gut lebend futter auch super aber je nachdem sind das halt nur einzelne tierchen die natürlich auch nicht alle nährstoffe in gleichem umfang mitbringen und bevor es da eine mangelernährung gibt finde ich immer wichtig dass hochwertiges trocken futter auch immer auf dem speiseplan steht da ist im grunde alles drin was die brauchen und es ist auch einfach praktischer man kann wenn man mal weg ist jemand anders beauftragen das ist mit trockenfutter immer einfacher oder alten futterautomat geht alles einfacher als frostfutter auftauen oder gar lebendfutter rein kippen ja deswegen ist bei mir trockenfutter sowohl in flockenform als auch als granulat in eigentlich allen becken irgendwo standard am liebsten eigentlich hier so die die grünen spirulina flocken weil ich denke in der natur auch die fische die hauptsächlich ja lebendfutter fressen oder tierische nahrung die nehmen immer wieder auch algen und ähnliches mit auf das heißt die haben immer einen anteil an an pflanzlichem im bauch ja und thema pflanzlich ich habe jetzt hier die hornkrautreste oder war ja doch noch relativ viel rausgeholt damit man endlich mal sieht was hier abgeht also man konnte schon feststellen es ist eine schöne gruppe es ist nicht so viel wie bei meinem ersten versuch aber hier ist trotzdem action und ein netter schwarm ist auf jeden fall geworden das heißt die wenig große arbeit hat sich wieder gelohnt hinzu kommt einfach die freude das immer wieder zu beobachten wenn so kleine fische groß werden und ich finde das super wenn die dann irgendwann genauso aussehen wie ihre eltern nur in mini also das ist hier jetzt auch wieder man hat jetzt nicht so einen großen größenvergleich aber die sind noch echt klein aber sehen halt absolut aus wie die eltern der rote kopf könnte bei den eltern noch oder ist bei den eltern noch ein bisschen intensiver aber ansonsten man sieht genau was das ist und das ist einfach nur winzig ja und das ist halt nur passiert weil ich das gemacht habe und das macht mir immer wieder spaß die kleinen gäbe es ohne mich nicht und das ist doch immer wieder ein schönes erlebnis in der aquaristik das hält für mich auch interessant deswegen ich kann es nur jedem empfehlen das ist wirklich kein hexenwerk jetzt hier gewesen man muss natürlich ein bisschen rumprobieren mal mehr mal weniger erfolgreich aber im grunde diese salmerzucht ist doch recht einfach denn man muss einfach nur darüber nachdenken die eltern leicht im grunde durchgehend wenn die wasserwerte stimmen und die eier fallen einfach runter da kümmern sie sich nicht drum so im gesellschaftswecken je nachdem wie das bewachsen ist kann das schon mal klappen dass da ab und zu mal kleine durchkommen also das hatte ich auch ich hatte schon mal ein zwei kleine neons ich hatte mal wie heißen sie kaffeebohnen salmler wo plötzlich zwei kleine rumgeschwommen sind also das geht schon aber das ist natürlich nicht sehr ergiebig aber auch sehr schön wenn man halt ein bisschen mehr haben möchte muss man eben die eltern ein bisschen austricksen indem man das mit diesem latten mit diesem lattenrost sage ich schon ich muss ins bett mit diesem laichrost macht dass die eier da durchfallen die eltern können die dann auch nicht fressen und wenn man dann die im richtigen augenblick rausholt dann hat man auch eine große ausbeute an klein sondern sieht man halt wie das dann zwei monate später aussehen kann nach 62 tagen also ziemlich genau zwei monaten hat man hier kleine rotkopf salmler die hier glücklich und zufrieden rumschwimmen und mich damit auch glücklich machen ja einfach ein toller anblick und dann ja eine sache noch die hat mich auch ein bisschen überrascht ich hatte durch dieses dauernde futter reinkippen immer die abdeckscheibe weggelassen ich dachte naja hier ist ja genug platz das sind ja ein paar zentimeter und habe dadurch immer wenn ich ankam konnte ich direkt das futter reingießen musste nicht irgendwie die scheibe weg machen die fische erschrecken es war auch für spontanes filmen sehr praktisch aber tatsächlich hat einer von den minis oder mindestens einer aber der lag vor dem becken es geschafft diese höhe zu überwinden und sich da leider ja aus dem nass ins trockene zu verabschieden das hat er natürlich nicht überlebt das heißt da muss man echt aufpassen und falls ihr euch fragt warum dauernd diese efeutute im weg ist die ist halt überall da unten und zieht aus den diversen becken die nährstoffe raus was immer hilfreich ist wenn bisschen was rausgezogen wird verbessert die wasserqualität die pflanze wächst hier toll daran sieht man was die alles an nährstoffen raus zieht so jetzt ist er auch wieder im weg aber man sieht die minis ich habe hier jetzt damit die mir nicht immer abhauen weil das raus fangen aus diesem becken ist ein bisschen nervig durch diese stege und wenn man dann noch da unten den platz lässt dann hauen die hinter diese filter konstruktion ab dann wird man irre und dann werden die fische irre und das ist für die stress und das muss nicht sein das heißt ich habe das da unten rein geklemmt dann können die nicht abhauen Nadine hat dann die kleinen da raus gefangen die hat da irgendwie ein besseres händchen für oder ich bin da immer unentspannt die haben stress dadurch habe ich stress ich habe es einfach gefilmt so und das ist die ausbeute wie gesagt nicht eine riesenmenge aber ich freue mich trotzdem hat man ein foto gemacht dann kann man immer besser zählen also es sind 19 wenn nicht der eine noch aus dem becken sprungen hätten wir immer ein 20 gehabt das jetzt nicht riesig aber trotzdem eine schöne menge wenn man überlegt was die mittlerweile im handel kosten teilweise bis zu drei euro dann sind 20 fische ja auch wieder ein bisschen geld wenn man sich zum schwarm einsetzen will daher ich freue mich die kommen jetzt hier in das becken wo bisher nur rio xingu tiere und pflanzen drin waren weil ich einfach beschlossen habe ich möchte jedoch ein bisschen action haben also jeder besucher fragt ob das becken leer ist weil die zebras halt immer nur in der dämmerung oder teilweise nur ein bisschen zu sehen sind und ich habe beschlossen die rotkopf salmer ziehen jetzt hier ein die großen kommen demnächst auch nach aber die kleinen habe ich ja schon mal zum akklimatisieren ein paar tage vorher eingesetzt habe ich auch abends gemacht als es anfing dunkler zu werden dann haben die danach erstmal ihre ruhe das becken habe ich dann wieder leer gemacht einigermaßen sauber gemacht nicht klinisch rein weil ein bisschen mulm ist immer gut aber ich habe es definitiv sauber gemacht hier den laichrost direkt wieder rein denn höher nach der zucht ist vor der zucht ich wollte dann im rahmen des umsetzens der großen rotkopf salmler auch in das becken noch mal hier ein paar tiere zum nächsten zuchtversuch einsetzen einfach weil es mir spaß macht ich habe auch noch andere zuchtprojekte laufen mit seinem land da gibt es auch noch andere methoden mit denen man das machen kann dazu vielleicht immer mehr das ist auf jeden fall jetzt hier die methode gewesen mit diesem salmler zuchtbecken was ich irgendwo im internet gesehen und nachgebastelt habe es funktioniert wie gesagt auch mit allen anderen möglichen methoden man muss halt nur verhindern dass die eltern an den laich und an die kleinen rand kommen und die gegebenenfalls dann fressen also ich kann euch nur ermutigen versucht das auch mal ich habe das schon mit mehreren salmler gemacht also auch dieser schwarm hier mit den blauen schwarzband salmler da hatte ich fünf tiere wildfangtiere bei irgendeiner beckenübernahme bekommen ich glaube wenn ich mich recht entsinne waren dass auch die ersten die dann mal irgendwann nachdem ich dieses sammlerzuchtbecken klebt habe und da loslegen wollte habe ich mit denen angefangen habe also ich glaube drei kann auch sein dass sie alle fünf eingesetzt habe ich weiß es nicht mehr auf den fotos erkennt man es nicht hier eingesetzt jetzt zwei fotos ich habe damals nicht alles gefilmt aber das war absolut ergiebig da habe ich auch gar nicht so mit dem timing darauf geachtet weil bei den minis war es auch wieder so die sind einfach unten geblieben vielleicht liegt das auch daran wenn man oben wenig pflanzen hat dass die nicht so ermutigt sind hoch zu schwimmen aber die sind unten geblieben und da konnte man die gut beobachten und als ich gesehen habe da ist alles voller minis habe ich die eltern natürlich rausgefangen und das hier schön beobachten hier sieht man so richtig viel von den kleinen so etwas später der rost war raus die eltern wie gesagt auch hier nochmal ein foto da waren also richtig viele der schwarm später beim umsetzen ich glaube es waren 98 tiere ich habe das auch mal hier mit neons versucht das war auch so mit mäßigem ergebnis ich glaube da hatte ich auch nicht so viel geduld ich kann mich da nicht mehr ganz daran erinnern ich habe da immer wieder geguckt ich habe dann nichts gesehen wenn ich denn mal eine larve gesehen habe dann war das wirklich eine wo ich gedacht habe naja für eine brauche ich jetzt hier nicht den hantier anfangen und habe die eltern noch drin gelassen habe immer mal wieder ein zwei eier gesehen aber irgendwie klappte das nicht ich habe damals vermutet ob es vielleicht daran lag dass da aus irgendeinem grund vom füttern noch glanzwürmer im becken waren oder vielleicht waren da doch irgendwelche schnecken drin die die eier gefressen irgendwie lohnte sich nicht ich habe die eltern drin gelassen ist so laufen lassen ja und dann irgendwann dann erkennt man es nicht gut weil die kamera wieder alles andere scharf stellt aber ist dann von einem tag auf den anderen hier dieser mini aufgetaucht der muss da irgendwo doch im gestrückt es geschafft haben groß zu werden ja aber es war halt nur der eine also nur ein kleiner neon ist jetzt nicht so ergiebig aber irgendwann ich glaube das war dann auch kurz vor dem urlaub sollten die da eh raus weil ich eingesehen habe dass das rechnet sich jetzt nicht mehr wenn ein paar wochen urlaub ist wir haben doch noch kleine sind die also rausgeflogen hier sieht man noch mal ganz schön wie winzig der ist es war so ein kleiner neon auch das hat mit denen funktioniert ich hätte vielleicht mehr geduld haben müssen ich werde es immer noch mal versuchen mit denen will ich sie auch mal versuchen mit den schilfseilen steigen genommen läuft das projekt schon aber mit einem anderen patent gibt ja wie gesagt mehrere methoden die kleinen sind sie die eier und die kleinen zu schützen und da habe ich wieder was anderes gebastelt das werde ich euch demnächst mal zeigen mal gucken ob das erfolgreich ist also die sind erst seit ein paar tagen in diesem becken wo ich das mit der zucht versuchen will die sind natürlich noch mal eine ecke schwieriger zu filmen weil die eltern schon so winzig sind da möchte ich gar nicht wissen wie klein der nachwuchs ist aber dazu vielleicht irgendwann ein neues video hier jetzt im grunde das ergebnis dieser zucht das ist jetzt der schwarm mit den 19 kleinen und da sind schon zwei große die schon geschafft hat zu fangen mit dabei hier ist der rest wie ihr seht das ist dicht bepflanzt da das becken aber eh demnächst umgebaut werden soll so um ostern rum denke ich dann kriege ich so gut raus dann ziehen die alle hier ein dann haben wir hier so ein schwarm von 60 70 tieren dann sollten die eigentlich ganz zufrieden sein und ich denke das gesamtbild ist auch ein schönes in ruhe gucken kann man auch zebras sehen und ansonsten sieht man immer die rotkopf salmler und hier auch die korridoras adolfo die ich dazu gesetzt habe gefällt mir auch sehr gut ist halt kein rio xingu becken mehr aber immer noch sehr schön und die wasser ansprüche sind ja auch gleich so wie ihr seht ich habe hier unten das becken ja etwas aufgeräumt jetzt nur ein bisschen java moos reingetan ein bisschen java fahren und minimal von dem hornkraut aber so dass ich das schnell ausdünnen kann da sind noch mal zwei weibchen zwei männchen eingezogen ich kann schon sagen da liegen schon wieder eier unterm rost da werde ich die tage auch die wieder rausschmeißen können ja und ansonsten genieße ich hier den anblick hier sieht man aber den größenunterschied das erwachsene weibchen was das schön ist doch noch fast doppelt so groß aber hat alles geklappt hat mir spaß gemacht ich hoffe euch auch bis demnächst